Im Namen des Sovereignes! Oder sie wollen den einzelnen Wolf jagen. Ja, jetzt können wir petrifyen, das ist nicht schlecht. Falls da nämlich aus dem blöden Castle noch ein blöder Zauberer oder so rauskommt, der uns noch auf den Sack gehen will. Die sind eigentlich verdammt gut, die Mönche, wenn man sich so überlegt. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Dungeons & Dragons, wo Mönche am Anfang recht schwach sind, aber in höheren Leveln richtig übertrieben stark werden. Die Unholy sind nahe. So, den Yeti loswerden und dann können wir, wenn das Castle das nächste Mal auftaucht, es in Grund und Boden stampfen. Und ja, der Magic Bazaar ist echt ne coole Sache. Auch wenn ständig, ähm, die Forschungssache auftaucht. Spieltoddick? Oh! Ach du meine Güte! Ja. 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 Ja Sík dejaар. Ja imauen. Ja. 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 Ja, da. Ja. Ja! Ja Ja, da. Ich fühle mich immer wieder tot. Ich fühle mich der Führer. Ich fühle mich, deine Gemüse. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Wenn ich mit dir gut hier bin, soll ich you sein? Ich fühle mich nicht. Äh, ich sehe den Zwerg nirgends. Energien der Lichter! Ja. So. Ich kann jetzt so viel mehr helfen. Ich dachte jetzt gerade schon, ich hätte beide Dings verloren. Aber welcher ist tot? Oh, da ist sie verschwunden. Die Unholy sind wieder. Die Unholy sind hier. Anstrengung ist das dein Reward. Oh, Herr Magist. Anstrengung. 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 Oh, Herr Magist. Oh, Herr Magist. Oh, Herr Magist. Anstrengung. Mist, jetzt sind sie schon wieder abgehauen, bis ich sie besiegt habe. Und ich darf mich hier wieder langsam aufbauen. Und ein Magic Bazaar. Ich dachte nicht, dass der so einen heftigen Angriff machen würde. Das war echt heftig, schlimm gerade. Dann können wir wirklich froh darüber sein, dass es nicht ganz so uns aufgegangen ist. Obwohl, den da belebe ich wieder. Alle anderen sind es nicht so sehr wert, um wiederbelebt zu werden. So. Hoffen wir mal, dass das der einzige heftige Angriff war und der nächste normal verläuft. Ein unwelkender Gast. Let's help you to help. More gold, your majesty. Energy is light. Sovereign, ein Geburt hat sich aufgebaut. Ja, graded das Ding auf, dass sich eine Veteranenkarte darauf... Also Veteranenkarten einstellen kann. So, weil jetzt hat sich wieder alles normalisiert. Da ist es schön ruhig. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. Your Highness, we've improved the guardhouse. More gold, your majesty. So. Die paar Gegner, die es gibt, die werden schnell ausgewärzt. So, jetzt nur noch das hier. Ich hoffe, wenn das Ding wieder auftaucht und ich eine Bauti drauf setze, dass die dann auch hält, wenn es verschwunden ist und wieder auftaucht, weil es kann sein, dass ich es nicht auf Anhieb zerstören werde. So, aber wir sind wieder auf Status Quo angekommen. Also wieder so, wie wir vorher waren. So, das ist in Ordnung. Da habe ich keine Probleme mit. Weil Taurus kann nicht so viel. Das Demon World da oben könnte ein Problem werden. Fliegen in Terror, ernsthaft? Das sind doch nur mal Minotaurin. Und es hat wieder volle Lebenspunkte. Du hast fünf Heiltrecke. Das heißt, du müsstest mit vier von denen klarkommen. Die Energien der Lichter. Die Unheiligen bei mir. Die Energien der Lichter. Ah, Reward Flags kann ich mir leider nicht ansehen lassen. Also, als würde ich die Reward Flag, die draufliegt, auch verbessern, aber es ist zu weit außerhalb. Ich kann die Reward Flag nicht mehr anwählen. Energien der Lichter. Er verkrümelt sich auch schon wieder. Das ist nicht so gut. Das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass wir in einer Patz-Situation festsitzen. Deswegen werde ich mich doch vielleicht ein bisschen weiter Tempel of Luno zum Beispiel errichten. Du bist vergiftet? Ne, du hast Camouflage. Du bist unsichtbar. Ja. Cool. Tempel of Ludo. Dann haben wir nämlich noch mehr Helden. Wie wär's, wenn wir auch ein Inn bauen würden? Und ne Statue. So. So. Wenn wir mehr Helden brauchen, dann nehmen wir uns heute mal mehr Helden. So, Adepten. Das Gebäude ist schon abgegradet, deswegen haben wir den Windstorm. So, noch ein Adept. Und wir könnten vielleicht noch eine Ambassador errichten. Na komm, probieren wir mal die Beste noch aus. Oh, jetzt habe ich alle aus Versehen rausgeschmissen. Sorry. Können wir die upgraden? Oben im Bessi. Oben ist im Bessi. Ah, da steht, wie viel mich jetzt der Held kostet, der angeworben wird. Okay. Beim Augenblick kann ich zwei Helden hier anwerben. Und die sind halt random und kosten mich halt entsprechend Geld. Mal sehen, was es sein wird. Drachen? A new hero has arrived at the embassy, my liege. Doros has spared you. Ah. More work to do. Ah. Was ist das eigentlich? Greater Corkum. Oh Gott. Das war mein Dwarven Settlement. Das war mein Dwarven Settlement.